Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Fabdrift, grüßt euch in einer zweiten Folge von Minecraft auf dem PC Ich hab hier hingerannt am Ende, wo das Spiel so äh, geleckt hat, dass ich auch schon wieder ein bisschen her ja, kam keine Folge und da hab ich gerade gesehen, wir hatten gerade ein Monster ja, blem, äh, bleiben direkt mal ein bisschen versteckt kann man hier aufgehen oder so? Ne, ne? wenn ich kratzen werde, tut mir das leid, das wird natürlich den Dinoschall besser zu wir wollen ja jetzt hier ein bisschen was machen heute oh, ich kann sogar machen ja, aber das freut euch nicht, weil ich brauche ja ich will mir euch ja versuchen, das Haus und, ähm, das ganze Ganze ähm, heute, wie ihr es hoffentlich seht, ohne nicht so wie im ersten Teil mit Frontkamera, ich muss das nochmal ein bisschen, ähm, verbessern und konfigurieren das ist mit, das? und das ist mit der Frontkamera, ja In, 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 Inventar ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, Inventar geht mit E, genau wie, wie sieht das aus? richtig cool, äh das ist noch weiter, ne ja Leute, wir haben was los ja, also wie, das ist eine Lage wo wir auch letztmal waren eine schöne kleine Hülle wobei wir jetzt Steine angebaut haben und man sagt, äh was äh, naja, das sind Leute und ich soll in meinem Buch anschauen dann kann man natürlich ein Stein ne Stein, ähm ein Stein, ähm, ein Stein, oder ein Stein, das wäre natürlich sehr gut weil, ich hab momentan hier nicht mehr und jetzt müssen wir zurück, weil ich nicht mehr ab oh, guck mal, oh, ein Feld gehen wir mit ne, richtig, perfekt verfügbar ja, ich denke mal, geht immer wieso, hängt der mal ein Spiel also, wenn man hier oben bin, Leute, ne das ist ein bisschen komisch also, gerade oben in der Ecke da, ähm und jetzt hängt das Spiel ein bisschen, finde ich, muss ich sagen ich habe so auf da wird ich glaube ich glaube dieseädige sind ich in acht Euro waren von nur dass es spielt inеб-show zu sagen das ist hier Oh, ich hab auch sehr viele FPS-Einbrüder gesehen gerade, deswegen Na, jetzt geht's ihm einigermaßen, aber... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Oha Geh da rein Oh Gott, was ist das? Stopp, weg, weg Geh, weg, weg, weg... Wie hängt denn mein Spiel jetzt so hier von Zombie erschlagen? Entweder ist ein Aufnahmeprogramm neu oder... Oh Gott, ein Enemman Prozent 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 um kurz zu erinnern Arne Krimi in der Ende 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 der doch Uwurt und wenn sie in der Ende ich weiß noch nicht wo ich bin aber... Ruhe Creeper! Aaaaaaah! Eit! Ja, in mir Ruhe! Weg! Hey! Hehehehe! Was hab ich meine raus hier? Mann, weil... Irgendwie... hängt das hier, richtiges Spiel. Ich weiß nicht warum das... Das geht nicht. Entweder ist gerade die Maus falsch eingestellt, ja. Oder... Das Spiel ist... Ich muss auch mal eine andere Stelle aussuchen. Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaaah! Aaaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Monsterjäger... Ja klar, ich... Ich hab zwar ein Porschweiz. Problemetlose. Ich weiß jetzt wieder nicht, wo ich hin. Scheiße! Ich hab noch kein Bett und ähm... bauen aber irgendwie habe ich dann auch nicht weiter gespielt das spiel nehmen wir heute gleich auf der hat natürlich gesagt wo ich jetzt mal in der ersten folge aufgabe vom Frankenburg übrigens in der ersten folge Leute also ich schaue auch da mal vorbei die Playlist ist auch hier mit unten verlinkt in der Infobox und leider weiß nicht wo ich jetzt landen muss hier ist Sand und Strand und ich weiß nicht wo ich wohne ich weiß nicht wo ich wohne aber hier sind scharfe Leute hier sind sehr freie Fächer aber irgendwie bricht es hier also die FPS brechen überall also tief ein also irgendwie muss das Auto-Programm und meint noch im Programm gar nicht so gut sein ich müsste das mal gucken Leute ob das mal wenn ich mal ein anderes Aufnahmenprogramm nehme ähm müssen wir mal gucken was ist hier los aber die Folge werde ich auf jeden Fall auch hochladen für euch und ähm ich denke mal wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen rumlaufen ohne alles wohlgemerkt und mit dem herzlichen Charakter der ich ja auch bin ich muss ihn mal ein bisschen schöner machen hier so hopp scheiße wo wohne ich denn jetzt mann kacke ja ich weiß es nicht aber eigentlich was ein Kohlbeere ist wow was ist er falsch nein 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 pfff hu 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 sehr schön was ein Kohlbeere ist hier drüben hm ja das aber flagen geht jetzt lang da aber umgucken guck mal ich will über ganz nach rechts ich hab' vorhoof wieviel geht das oder was ja aber die Reaktion hat hier ein bisschen äh zu guck mal rechts links ja das ist ja hier rechts links rechts links naja also die Reaktion von dem Spiel ist ein bisschen komisch gerade beziehungsweise vielleicht ist meine Maus scheiß also die Empfindlichkeit für die Maus scheiß falsch eingestellt ähm zur Aufnahme hin also ich aufnehme für euch weil ähm ja keine Ahnung weiß nicht warum aber kann ja sein weil irgendwie ist das nicht so flüssig wenn ich äh privat spiele also ohne für euch aufzunehmen aber warte mal kurz diese Stelle hier kommt mir glaub ich ziemlich bekannt vor ich glaub ich war eigentlich letztes Mal auch langgelaufen so hier runtergelaufen hab ich damals hier so ein bisschen Gras äh also Heu oder Graswurst ist ja abgemäht und weiß nicht ob ich dann hier weitergelaufen bin könnte aber sein oh hier ist doch hier das Zuckerrohr das habe ich auch so gehört hm warte 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 und dann muss ich aber gewesen wenn ich tut denn hier Erde auf auf dem Sandblock warte 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 ich weiß es nicht Leute warte warte oder oder wären die jetzt schon gegangen eigentlich nicht und da kam ich ja damals sag ich doch hier war ich doch hier war ich doch hier war ich doch hier war ich doch ich war hier schonmal das hab ich mir ganz gut runtergekommen in der Sandgrube das ist wasser das auch wasser hm muss ja irgendwo daneben muss ich gewohnt haben oder wohn ich immer noch ich weiß bloß nicht wo ich weiß bloß nicht wo ja und wie das schon mal bei neun Minuten das Spiel scheint grad hier mich zu treffen weil ich hier nicht für euch richtig aufnehmen kann also ich kann's mal aufnehmen aber ich will euch euch richtig aufnehmen so richtig mit oh oh Zucker Zucker so richtig mit mit Kinds hier neue Rezepte verfügbar schau in deinem Rezeptbuch ja mach ich gern ich werd nicht meine Wohnung wiedergefunden habe äh die ich glaub ich nie mehr wiederfinden werde ne die war zu krass doch ich bin da mal zu viel gelaufen ey ich glaub ich bin auch schon richtig auf dem richtigen Viertel Leute ohne Witz Guck mal hier links rechts das ist ein bisschen wie die äh ohne Witz das steht auch gerade ein bisschen mau ein ich muss das echt ändern wobei ja ich hab gemerkt haben hier im Moment noch gerade 36 FPS, 34, 33, 35, 34, 32, 31, 30, 35 also es steigt und fällt andauernd doch hier war ich doch schonmal doch hier war ich doch also es steigt und fällt die FPS Anzeige aber man nach links na nach rechts man ich war ja ich doch ich war ja schonmal wie ich zieh's hier hier mit ja also ich komm mit der Maus mal und kann hier nicht klar da doch ich hab das schon mal hab ich hier nicht mal irgendwann schonmal ne aufmachen ja ich kann nicht mehr reden Leute hab ich hier nicht schon mal irgendeine Aufnahme gemacht für euch bei YouTube ich weiß es nicht auf jeden Fall sind wir auch schon wieder bei 10 Minuten und hier ist dann kann ich nicht erzählen dass das hier so zuvoll ist dass er wirklich hier so gerade rum gerade steht hier war ich auf jeden Fall schonmal ich bin äh ziemlich nah an meinem Wohnungsgrund aber gut das soll jetzt heute wie die heutige Folge gewesen luchte eine ziemlich frau Ausfolge ich komm wieder nicht klar hier und weiß nicht wo ich wohne und hab immer auch kein Bett genau ja das würde ich euch auch in den Kommentaren stehen du musst dir erst ein Bett machen bevor du weiter spielst das weiß die Leute ähm ja da würde ich aber erstmal Schafe und irgendwie 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 auch muss ich sie dann mehr töten wobei jetzt könnte ich eigentlich noch was brauche ich dann für ein Bett Wolle ne Wolle und Hölbe ja 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 boah ich hatte vorhin ein paar Schafe und dann die mit dem Schwerk gelassen nur nicht leider scheiße kann die auch so töten ne bei Hand dann krieg ich euch auch wohl nochmal gucken ey ich fahre hier schon mal man gut Leute das hat für die Folge gewesen sein ich gehe jetzt auf die Suche rum mein Haus und nach Wolle und nach nach Schafen und ähm erstmal in Porta Privatschung also ohne euch zum Aufnehmen dann eh melde ich mich bei der nächsten oder sehen wir mal in der dritten Folge hier auf PC und ähm bis dahin vielen Dank fürs Zusehen haut rein machts gut und Ciao